Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es eine neue Folge Wer ist das? Und es geht heute um Gal Gadot. Geboren ist sie am 30. April 1985 in Rosh Shaijin in Israel. Ich hoffe, das war irgendwie richtig. Verzeiht mir, wenn nicht. Und vom Beruf her ist sie Model und Schauspielerin. Wusstet ihr, dass sie in der israelischen Armee war? Nein, jetzt wisst ihr es. Ihr Leben war relativ interessant. 2004 wurde sie als Miss Israel bekannt und trat dann bei Miss Universe an. Ihr Schauspieldebüt hatte sie 2008 in der Serie Boboad. Ihre weltweite Bekanntheit kam durch die Fast and the Furious Filmreihe. Dort spielte sie 2009 bis 2013 als Giselle Hashan mit. Aktuell ist sie in Wonder Woman, Batman v Superman und Justice League zu finden. Privat ist es relativ interessant, dass sie seit 2008 mit dem israelischen Geschäftsmann Vyaron Verzano verheiratet ist und zwei Töchter besitzt. Auch cool ist, dass sie seit 2017 in der Academy of Motion, Pictures and Arts and Science die Oscars vergeben darf. Also, mit entscheiden darf, wer den Oscar bekommt. Ja, viel gibt es noch gar nichts zu ihr zu sagen. Ich hoffe, es kommt noch einiges hinzu. Vielleicht auch noch so mancher Oscar. Ich finde sie sehr sympathisch. Ich habe Wonder Woman immer noch nicht gesehen, aber Jan hat ihn gesehen und hat gesagt, dass er ihn sehr mochte. Ja, und das war es dann auch schon mit diesem Video. Sehr kurz, aber ist ja auch eine noch nicht ganz so alte Persönlichkeit. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Video und ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018